Ja, vielleicht wieder bewusst soziale Kontakte zu knüpfen, in denen du vielleicht jemanden grüßst, jemanden anlächelst, vielleicht ins Klinis auch, wo wir dir ermöglichen, dass du auch eine positive Reaktion erlebst. Also wenn du zum Beispiel offen bist und in der Bahn jemanden anlächelst, ist die Chance groß, dass derjenige zurückgelächelt. Und das ist schon wertvoll fürs Wohlbefinden. Und diese kleinen Erfahrungen kannst du stärken, um weitere soziale Kontakte zu knüpfen und auf Leute zuzugehen. Und so wieder erleben zu dürfen, dass du sozial interagieren kannst und dort aufgehoben bist.